hallo und willkommen zu dieser neuen episode und heute geht es um spätessen oder nachts essen und warum das vielleicht nicht die allerbeste idee ist hallo ich bin darin der natur ich bin 37 comic zeichner und autor weil ich nicht gerade comics zeichne oder youtube videos mal versuche ich meine gesundheit zu optimieren in meiner vergangenheit war sie meistens nicht so optimal durch stress oder falsche wie soll ich sagen gewohnheiten vieles davon wusste ich nicht und deswegen hat man die fehler gemacht und ich teile mit euch diese fehler weil oft gibt es lösungen und manchmal wird einem erzählt es gibt keine lösungen und doch kann die lösung sehr simpel sein und wenn der körper funktioniert funktioniert auch der kopf und der kopf funktioniert funktioniert auch mit dem glück und mit dem leben und das möchte ich für euch auch also ich gebe euch noch eine wunderschöne aussicht und hier aus dem wunderschönen eislingen ein recht warmer oktober tag also in diesem video geht es um spät essen oder nachts essen und warum das vielleicht nicht so eine gute idee ist also wie komme ich zu dem thema ich war letztes wochenende da war tag der deutschen einheit und hier in göppingen gab es das weinfest und es war so ein richtig tolles wochenende wo man nach zwei jahren lockdown zum corona endlich mal wieder feiern durfte und feiern konnte und es waren schöne tage ausgelassene tage mit freunden menschen jungen damen auch ein paar älteren damen und es hat einfach spaß gemacht zu tanzen und zu leben und nach dieser woche in der ich ein bisschen wenig geschlafen habe vor allem nachts bin ich dann wieder in die arbeitswoche und die war voll mit terminen was gut ist denn es fühlen sich wieder die kassen bei mir und das führt natürlich auch zu mehr freiheit also finanziell und dann kam dieses wochenende und der freitag und ich war eigentlich komplett noch müde oder gestresst vom letzten wochenende weil ich mich nicht richtig ausgeruht habe und von der woche die eigentlich tag und nacht vollgepackt war mit sachen und dann war freitagabend auch so eine schöne milde oktobernacht und dann waren wir noch feiern bzw eine gute freundin hat sozusagen ein auftritt gehabt und danach wollten wir dann noch mal an eine wie sagt man wollen wir noch tanzen gehen nach der veranstaltung und da habe ich dann nachts eine kleinigkeit gegessen wir sind dann sag ich mal in einem dünner laden gelandet und ein kumpel hat sozusagen zwei dünner verdrückt nachts und ich weiß nicht wahrscheinlich macht es dem nicht aus deswegen hier schon vorab der disclaimer was ich sage gilt nicht für jeden aber kann generell natürlich schon als guter rat gesehen werden und ich hatte eigentlich keinen richtigen hunger oder kleinen hunger und werde ich beim mcdonald's eine kleine pommes bestellen oder burger king was ich sehr selten mache dann kriege ich da für drei euro zwei kleine lappen die nicht gut schmecken und dann habe ich im dünner dann gefragt ja was ist eine kleine pommes was ist eine große pommes die konnten sich nicht richtig ausdrücken und die leute hinter mir wollten bestellen habe ich gesagt gut dann nehme ich einfach eine große pommes aber wenn ich es nicht fertig kriegt dann ist jemand anders und dann habe ich da tatsächlich voll die mods portion gekriegt nachts um 2.30 nach einer mörderwoche mit wenig ausruhen und dem wochenende davor mit party machen und habe das dann auch gegessen nach der hälfte war ich sozusagen satt die portion war gut und den rest habe ich dann ein bisschen in mich reingedrückt aus lust und teilweise auch weil ich es dann nicht ich schmeiße ungern essen oder sachen weg das ist so ein bisschen mehr drin wurde so anerzogen ich weiß nicht ist vielleicht auch eine gute eigenschaft aber hat natürlich seine grenzen und alles gut ich habe die nacht gut überlebt mir ging es gut am nächsten tag ging es mir auch ganz gut wobei ich sagen muss ich bin ein bisschen den ganzen tag hatte ich so ein bisschen kopf schmerz und war so ein bisschen auch gerädert und man hat schon gemerkt mir steckte so ich habe das gefühl gehabt ich habe es nicht richtig verdaut oder ja und da kommen wir eigentlich zu dem haupt und knackpunkt zu diesem video wenn ihr sozusagen nachts esst dann hat der körper wahrscheinlich nicht nur eine von zwei entscheidungen aber eigentlich der körper möchte nachts euren körper regenerieren das heißt er möchte alles was sozusagen an müll sozusagen anfällt möchte er sortieren und richtung müllabgabe geben das heißt ich weiß ich glaube nachts fällt auch an zuerst gallenblase dann leber ich glaube leber scheidet auch giftstoffe aus dann kommt sozusagen von ein uhr bis zwei uhr ist die leber dann danach die lunge also von drei uhr bis fünf uhr morgens und danach sozusagen der dickdarm und ich glaube das ist schon so eine vorbereitung auf alles was nicht in den körper gehört kommt irgendwo hin und wird dann ausgeschieden und wenn ihr nachts nicht schlaft und unterwegs seid das wird euch auf gar keinen fall umbringen aber auf lange sicht wird es eben solche nicht schäden aber einfach so anormalitäten hervorrufen wie bei mir jetzt dann zum beispiel und wenn er dann nachts zum beispiel es oder schwer es oder abends spät es dann hat der körper dann noch mal arbeit und sagt okay wir müssen es eigentlich verdauen weil sonst bleibt da liegen und wenn es da liegt dann entweder hat der körper glaube ich zwei möglichkeiten vielleicht auch mehr vielleicht auch weniger ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube er hat die möglichkeit es bleibt liegen und es führt dann entweder zu gärung oder zu fäulnis gärung ist sozusagen wenn kohlenhydrat eben dann gärt oder fäulnis wenn fett und ich glaube protein sozusagen verfault und beides hat glaube ich den nebeneffekt dass da giftstoffe frei werden oder ja eben es bleibt eben stecken und es bleibt daher stehend was nicht so ideal ist und nachts sollte der körper eigentlich schlafen energie auftanken sachen entmüllen und soweit ich das weiß euer euer blut einfach erneuern ich glaube ab einer gewissen uhr zeit deswegen sollte man liegen eben diese ein uhr bis drei uhr nachts arbeitet die leber und scheinbar dieses liegen tut dem körper halt dann gut weil sozusagen gliedmaßen weniger blut brauchen und die leber da eben das blut noch mal schöner reinigen kann ob das alles stimmt könnte selber nachlesen oder googeln oder in irgendwelchen medizinischen sachen nach rausfinden auf jeden fall hier noch mal der appell für mich in zukunft wie gesagt bei mir war der gedanke auch esse ich noch esse ich nicht hungrig ins bett sollte man auch nicht oder man ist hungrig zu schlafen ist manchmal auch dann schwer aber nicht zu übertreiben oder das zumindest im hinterkopf zu behalten was ich gerade hier gesagt habe ist ganz gut dazu noch der nächste punkt wäre intervall fasten was dass man sagt man ist nicht später als 19 uhr 20 uhr 18 uhr und braucht man dann überhaupt ein frühstück das heißt kann man zum beispiel essen zum beispiel von 12 uhr bis 18 uhr dass man so ein sechs stunden essens fenster hat und dann eben nicht mehr ist ich bin kein fein von dogmatischen sachen aber ab einem gewissen punkt können sich natürlich auch systeme oder gewohnheiten in ein leben einschleichen oder einbauen lassen die dann zu guten sachen führen oder zum beispiel von 10 uhr morgens bis 20 uhr abends und dann danach ist man nichts mehr ich glaube der körper wird es einen danken auch nicht die ganze zeit irgendwelche snacks zu essen sondern vielleicht nur dreimal am tag was zu essen manche essen nur eine mahlzeit manche zwei ich habe es für mich noch nicht getestet vielleicht kommt es im nächsten zeit dass ich da mal schauen wie gut tut es meinem körper aber genau und wie gesagt der letzte fun fact ich habe gestern was gehört von einem der meinte das ist frühstück ich weiß nicht ab wann aber vor dem zweiten weltkrieg glaube ich noch nicht so groß war und nach dem zweiten weltkrieg sind sozusagen amerikanische nahrungsmittelhersteller an einen herangetreten der während dem zweiten weltkrieg propagandafilme gemacht hat für die amerikaner also propaganda ist natürlich hat verfolgt immer ein ziel und ist wahrscheinlich immer unterschwellig manipulativ und die haben ihn gefragt ja können wir nicht einführen wir wollen das frühstück groß machen damit wir mehr absatz haben und der hat dann sozusagen gepusht oder das war sozusagen das keyword frühstück ist die wichtigste mahlzeit des tages und eigentlich erst seitdem ist das frühstück populär ob das stimmt muss ich noch nachforschen aber nehmt es jetzt mal hier so als seit info bonus quest und wir sehen uns im nächsten video ich habe noch vor eins zu machen über morbus crohn ursachen und also aus sicht der tcm der traditionelle klinischen medizin ursachen und mögliche heilung weil die tcm sozusagen das morbus crohn sieht als feuchte hitze im körper ähm und nicht als vererbare krankheit ich weiß viele sagen es deswegen würde ich auch gerne das video machen um sozusagen den leuten vielleicht doch eine lösung an die hand zu geben wenn die denken da gibt es keine lösung äh und die tcm sieht ja doch den lifestyle und die ernährung als sehr großen faktor oder vielleicht auch sogar als den größten faktor und behauptet sozusagen das ist nicht unbedingt eine vererbare sache gegen die man nichts tun kann und eine krankheit mit der man leben muss sondern die sagen weniger scheiß machen weniger scheiß fressen und ein bisschen mehr ruhen und dann wird es auch wieder und ich glaube daran und deswegen würde ich das bald mit euch teilen also wir sehen uns tschau 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 tschau